Willkommen, willkommen, zurück, zurück hier bei Crysis Trail. Habt's nur Glück. In Futterhartenbank mit Operation Jackhammer die Statimvisierung des Nexus erreiche. Okay. Wieso? Hacken. Warum will denn der nicht hacken? Hackt mich. Ist der schon gehackt, oder was? Tja. Ich will dich hacken, geht nicht. Oh. Wow! Okay, aber er ist ganz. Also ganz kaputt. So, jetzt verschwinden wir hier ganz schnell. Nein! Kann nicht sein. Ziel ist weg. Ziel ist weg. Ach, jetzt kann man nicht da drüber springen, ey. Manchmal ist es aber auch ein blödes Spiel. Okay. Das sieht man doch durchs Wasser, wo ich bin, oder? Das sieht man doch durchs Wasser, wo ich bin, oder? Ich bin weg. Kill them all. Oh. Was ist denn nur? Ach, Mensch. Ich glaube, mein Rechner ist echt zu alt für so ein Spiel. Okay. Einmal. Komm hoch mit deinem Kopf. Kleine Scheiß-Mache da unten. Ich werde mir jetzt mal hacken. Und dich nicht. Oh. Die wollen das wirklich wissen jetzt hier. Wer ist denn das, der auf mich schießt, ey? Wer ist denn das nur? So, jetzt Wieso an. Komm. Jetzt will ich das Ding aber hacken. Jetzt kann ich das Ding nicht hacken. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wie soll ich das denn jetzt machen? Okay, jetzt bin ich eigentlich rundherum. Jetzt haben sie mich nicht mehr gesehen. Okay, alles klar. Ich muss da hin, ja. Oh Gott. So sieht das doch schon mal ganz gut aus. Wie viel seid ihr? Sie wissen nicht, wo es herkommt. Okay, ich sehe euch. Klar taunt das nicht mehr. Was soll ich denn sonst machen? Ich sitze in der Falle. Was ist denn das? Immer nur für ein Gerucke hier. Ah, wieder EMP. Hat mich nicht erwischt. Diese EMP hat mich nicht erwischt. Das ist doch nicht. Jetzt müssen wir hier mal volle Pulle gehen, hier. Hä? Okay, ich gehe mal wieder herunter. Ich versuche mich hier irgendwie durchzuholen. Was ist denn jetzt? Jetzt hänge ich hier fest, ey. Das nervt natürlich. Wo komme ich da hin? Ich kann nur über diesen Punkt gehen. Was ist denn das da für ein komischer? Jetzt muss ich mal mein Visor anhauen. Sichtfeld blockiert, okay. Muss ich bar machen? Hecken, komm. Das ist doch bestimmt irgendwas Schönes. Ja. Aha. Nehmen wir doch den Typhoon. Ich weiß, warum das so rotzig ist. Ich weiß es, warum. Weil ich nebenbei was rendere. Da dran könnte es liegen. Boah, ich bin etwas schwerfälliger zum Gehen. Aber es rotz ganz gut. So, von hier oben sieht man vielleicht am besten. Hohoho, was ist das denn für eine Waffe? Die sind echt nicht schlecht. Wow. So, wie komme ich jetzt da rüber, Mensch? Da ist. Da ist die Idee. Wer schießt denn hier permanent? Ich will mich nicht aufregen. Aber ein bisschen nervig ist das schon. Da ist eine Leiter. Hier geht es jetzt hoch. Mach doch mal hoch. Das geht das nicht. Jetzt muss ich wohl wieder hier hoch. Das ist etwas, was ich nicht verstehe. Mensch, jetzt lebe ich hin hier. Entschuldigung, die kennen wir jetzt schon dafür. Das gibt es doch nicht. Okay. Wie komme ich denn hier rein? Da war doch eine Leiter. Wieso kann man diese Leiter nicht nutzen? Das ist das Scheißding. Ich mach jetzt da. Ich mach jetzt da. Hier. Weg mit dir. Oh, Mensch. Ruck doch nicht so. Beschissen, ey. Mann. Das geht mir aber auf den Sack, ey. Da kannst du nicht mal nebenbei was machen. Dieses Spiel nimmt so viel, äh, Zeug ein hier. So viele Ressourcen, ey. Das nervt mich. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Jetzt geh ich hier ran. Äh, da hab ich nichts im Kondom. Ja, äh, scheißen Dreck. So, Gesundheit kritisch. Und ich muss doch bloß dort rein. Ey, was ist denn da dran so schwer? So, Energie. Jetzt hab ich alles umsonst gemacht. Ey, das ist doch der totale Witz. Jetzt hier so lang. Da hoch muss ich. So, wir gehen kurz in diese Lücke hier. Nein, du hast nichts gesehen. Ach, scheiß Rotz hier auch, ey. Ach, halt die Fresse jetzt. Komm weg. Weg. Na klar. Wenn man jetzt mal wüsste, wie man da hochkommt, dann wäre die Sache hier schon erledigt. Wunder. Also, nicht doof. Ach, was bist du denn für eine scheiß Maschine? Warte, 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 hier. Ach. Ach. Okay. Ah, ich weiß nicht, ob mir das... Ich weiß, das hat mir immer Spaß gemacht. Oh. Operation Kloheimhorn. Machen wir. Machen wir alles. So, hier komm ich nicht durch. Hier ist nix. Mensch. Jungs. Ich will doch einfach nur das Spiel spielen. Und nicht diesen Nerv. Nein, halt die Fresse. So, wir gehen mal kurz hier her. Oh ja, jetzt steht das Ding genau dort. Jetzt steht das Ding genau dort. Jetzt lass mich mal dieses... Was ist denn hier immer noch jemand? Und da ist noch einer. Oh, was ist denn hier noch los, ey? Oh, wollt ihr mich wahnsinnig machen, ey? Ich hab eigentlich keinen Bock mehr drauf, ey. Ich bin eigentlich schon ziemlich genervt. Oh, hier, pam. So, erledigt. Ah, Dornfeld aktiviert. Das ist eigentlich der schnellste Weg da lang. Aber wir könnten ja mal noch diese komische Maschine nehmen. Vielleicht hilft die uns ja. Hey, was ist das hier? Ist nichts. Dein Glück, ey, Vogel. Ich muss doch bloß 60 Meter da rein. Ey, das kann doch nicht so schwer sein. Mach doch mal jetzt hier die volle Pulle, ey. So, jetzt gehen wir hier hin, hacken wir uns das. Na komm, mach hin. So, her mit der Waffe. Dann tauschen wir die gegen die. Gehen hier hoch. Energie kritisch. Na klar, das Ding hat mich sofort auf dem Radar. Ihr seid doch nur bescheuert. Natürlich ist er weg. Ich bin ja nicht doof. Ich bin bloß da rüber. Bloß da rüber. So, runter. Und dann. Jetzt haben sie mich gleich wieder. Achtung. Nein, noch haben sie mich nicht. Okay, jetzt haben sie mich wieder. Ich muss eigentlich diesen Weg dann umgehen. Das ist am einfachsten, oder? Da ist der. Nein, da ist der. Mir steht ja vor. So, wie können wir das machen? Oh, nein! Ganze Folge für den Arsch, ey. Echt. Scheiße, ey. Tschö. Ja. Dar. Wenn du dich trausten.